BTN Miller, so sah Lisa Waschke früher aus. Berlin, Tag und Nacht Schauspielerin Lisa Waschke hat ein Foto von sich aus Teenager-Zeiten gepostet. MiWis15, ich mit 15, schreibt die 31-jährige Lisa Waschke zu dem Foto, welches sie nun von sich auf Instagram gepostet hat. Punkt auf dem Bild hat sie ihren Kopf auf einen ihrer Arme gelegt und schaut nachdenklich in die Ferne. Ob sie damals schon davon geträumt hat, Schauspielerin zu werden? BTN-Stahl Lisa Waschke blickt in die Vergangenheit. Seit 2013 spielt die Berlinerin in der Daily Soap Berlin, Tag und Nacht die Rolle der Miller Brandt, vorher modelte sie, tut dies auch bis heute. Das Foto, welches vor fast 16 Jahren aufgenommen wurde, hat Lisa Waschke mit den Hashtags Robeck, 15-Jähr-Sold, Model und Lisa Waschke versehen. Tattoos scheint die Tattoo-Liebhaberin mit 15 Jahren noch keine gehabt zu haben, zumindest sind am Hals keine zu sehen. Ihre Fans sind begeistert von dem Foto. Kein Stück verändert. Immer noch so schön und natürlich wie mit 15, schwärmt eine Userin. Eine andere schrieb, krass, wie extrem jung man sich halten kann. Oder ich musste zweimal hinsehen. Bitte mehr davon. Es strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus. Danke. 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 Vielen Dank.